Die Dornen Und dein Baby! Oh nein! Keine Sorge, Mama. Alles wird wieder gut. Okay, also, wie stellen wir das an? Blöde Idee! Chiara, nein! Das ist gefährlich! Ich tue es! Na komm, Pipsi. Hab keine Angst. Ganz langsam. Ein bisschen nach rechts. Ein bisschen nach links. Und da bist du. Wir sollten das Nest an einen anderen Ort bringen. Weit weg von den Nachtranken. Mögt ihr die Aussicht? Gut. Gebt Acht auf euch. Okay? Und wir haben noch einen langen Weg vor uns. Nicht wahr, Chiara? Macht's gut! Gern geschehen, Landa. Ich denke, deine Großmutter will dir ihren Segen geben, Chiara. Na los, Chiara. Ich warte hier. Marge. Na los, Chiara. Gehe.